Romy Schneider Zwei Gesichter einer Frau Von und mit Chris Pichler Ich muss gestehen, ich fühle mich. Ich sitze im Speisewagen und fahre nach München. Ich habe das Hellblaue von Mami angezogen und den blauen Mantel und die Handschuhe und ihre hochhackigen Schuhe. Sie passen, glücklicherweise. Links in der Ecke sitzt ein Mann, der aussieht wie Papi früher. Schwarze Augen, schwarze Haare. Er hält mich mindestens für 17, sonst würde er nicht so gucken. Hinsehen darf ich nicht, sonst werde ich rot. Gut, dass ich schreibe. Das macht überhaupt einen guten Eindruck. Was der Oberwohl von mir denkt, wenn der wüsste, dass ich nur 5 Mark in der Tasche habe und die hier verjuchse. Hoffentlich ist Mami am Bahnhof, sonst bin ich aufgeschmissen. Richtig, ich habe ja noch gar nicht berichtet, wie ich eigentlich dazukomme, so plötzlich nach München zu fahren. Also, wir saßen zu Hause in Berchtesgaden im Jagdzimmer und spielten Karten. Plötzlich klingelte das Telefon. Wolfi ging rüber zum Apparat und meldete sich, Mami war dran. Wolfi legte den Hörer hin und machte es spannend. Er setzte sich erst mal gemütlich hin und sagte dann, ja los, Romy, geh du ran. Ich ging hinüber zum Apparat und dann ging alles sehr schnell. Pack deine Koffer, mach dich hübsch, nimm den Frühzug nach München. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Jetzt sitze ich im Zug und wundere mich, dass ich ihn überhaupt geschafft habe. Der Opa mustert mich dauernd. Ach so, Zahlen. Wir sind ja gleich in München. 15. Juli 1953. Wenn ich so hoch springen könnte, ich würde jetzt glatt an die Decke hopsen vor Freude. Ich filme. Ich filme. Na, wenn alles klappt, heißt es, das war ein Tag. Ich sitze in unserem Zimmer. Ach, was heißt Zimmer? Appartement, nennt man das. Hab ich gelesen. Im Bayerischen Hof in München. Es ist wundervoll eingerichtet. Links neben der Tür sind Knöpfe. Wenn ich darauf drücke, kommt ein Zimmermädchen oder ein Kellner oder was ich will. dass ich eins Player michein 회finiere, die Menschen anschauen kann kann, Und dass ich das immer gerne.